Es geht halt auch so in die Ohren rein, so die ganzen Haare und alles spickt und kratzt und jubelt. Ja, herrlich. Ja, das Positive, ich wäre einfach jetzt mal wieder davor. Lady Haura antritt schnell, da fährt in Form, fährt in der Haus, aber dahinter Prima Dora. Und das wird mal die letzten zwei Mal am Start in Korsamt, das ist, ja...